So, meine lieben Freunde des Feinschmerzes, wir sind hier gerade an den Rapsvölkern zur Schwarmkontrolle. Jetzt habe ich hier eine Königin separiert und gezeichnet. Und die Bienen schauen, wo ihre Königin ist. Die Kisten sind rappelvoll, das sind nur die zwei Kisten. Die obere ist das hier noch dazu, die ist auch rappelvoll mit Bienen. Ja, so läuft das. Aber wir sind bald fertig, nur noch diese Völker, sieben Völker und dann ist gut. Dann geht es Richtung Heimat.